Catherine Zeta-Junes, sie im Marmite-Kleid Hollywood-Star Catherine Zeta-Junes, 53, hat am Mittwoch, 16. November, bei der Weltpremiere der Serie WDNESDAI alle überstrahlt. Zusammen mit ihren Schauspielerkollegen aus der neuen TV-Show erschien sie bei der Veranstaltung in Los Angeles, die im Hollywood-Legion-Theater stattfand. Zeta-Junes präsentierte auf dem roten Teppich ein bodenlanges Weißes Kleid im Meer-Jungfrauenstil Der tiefe Ausschnitt der Robe setzte dabei ihr dekollete Gekont in Szene. Bei den Accessoires griff sie zu Diamantohrringen und einem auffälligen Diamantring. Ihre schwarzen, langen Haare trug die Ehefrau von Michael Douglas, 78, offen. WDNESDAI, ab 23. November auf Netflix, ist eine neue Horror-Comedy-Serie von Schauer-Regisseur Tim Burton, 64. Im Mittelpunkt der Erzählung steht die beliebte Addams Family-Figur WDNESDAI-Adams, verkörpert von Jenna Ortiger, 20. WDNESDAI besucht als Teenager in die Nevermura Academy, eine Art High School für Charaktere aus der schaurig-schrägen Welt der Addams Family. Sie muss versuchen, ihre aufkeimenden übersinnlichen Fähigkeiten zu meistern. Eine monströse Mordserie vereiteln, die die Stadt in Atem hält, und das übernatürliche Geheimnis aufdecken. In das ihre Eltern vor 25 Jahren verstrickt waren, und das alles, während sie ihre neuen und sehr verworrenen Beziehungen an der Schule in den Griff bekommen muss, heißt es vorab. Dabei sind unter anderem auch Game of Thrones-Star Gwendoline Christie, 44, als Principal Larissa Wims. Jamie Mchane, Sheriff Galpin, Percy Hünes-White, 21, Xavier Toppe, Hunter Dohan, 28. Tyler Galpin, Emma Myers, 20, Eni Sinclair, Joyce Sunday, geht 1997, Bianca Barclay, oder Christina Ricci, 42, Marilyn Dornhill. Catherine Zeta-Jones ist als Morticia Adams zu sehen. Papa Gomez verkörpert Louis Guzman, 66. Der Serienklassiker The Addams Family flimmerte in der Urversion 1964 zum ersten Mal über die Bildschirme.